ja willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zur let's play tells us per serie ja nach einer woche pause machen wir jetzt endlich mal weiter und ich habe schon wieder vergessen wir meinen text zu öffnen wo ich mir in notiz machen verdammt und ja ich habe jeden charakter auf screen auf der w70 gebracht hat war geil ich bin einfach mit einfachsten schwierigkeitsgrad in die gegner reingerannt also in zwei drei gegner unter irgendwie zehn tonner frau und dafür irgendwie krass und ja drei titel habe ich bekommen einmal mit roko umwerfender kerl hier 2500 gegner besiegt und mit magie lott umwerfendes weib auch 2.500 gegner erledigt und laffi set noch ein combo künstler ja 40 mit combo erledigte typen irgendwie sowas ja gut machen wird sammeln würdige 3 700 objekte irgendwie falsch hier notiert gerade ich habe unter ausrüstung gepackt bräuchte eigentlich gar nicht mehr hier 700 objekte ausrüstungsbeutel raten jetzt kann ich die mission verdoppelten laden der budget schlucht genauer ich eine geobacht herausforderung von namen ist irgendwann auto kümmern aber moment nicht und eine katastrophe geöffnet habe ich mir notiert die war aber leer okay dann machen wir und weiter letzten folge wollen wir glaube ich hier das omega elixier herstellen für laufzeit oder für wieder und ja wir machen jetzt erst mal eine story ein bisschen weiter weil warum denn nicht ich nehme an wir sind jetzt hier schon im letzten gebiet jetzt ist story gebiet und also warten also machen wir hast auf und davon wo wir sind sachen ich dachte eigentlich man kann ja nicht rein laufen irgendwie ohne irgendwie eine katzen zu triggern und so aber anscheinend noch nicht man muss die treppen auch gehen weil es auch ein speicherpunkt und so ne ich werde natürlich kurz bevor wir zum finalen boss natürlich gehen mit der wohl irgendwie vermerkt werden oder so noch anhalten aber ich glaube ich habe jetzt sofort schon den finalen boss erreichen werden so zwei gegner haben wir noch fragezeichen einer ist ein gegner aber ein anderer bin ich beziehungsweise auch ein boss ist und ja da können wir uns irgendwann mal und die kamera vielleicht empfangen machen aber da wird schon irgendetwas kann sie nur so passieren irgendwie eine möglichkeit gibt und dings zu machen und eine goldene truhe da ist nichts geiles unter wasser geben wir haben immer noch das luft vier von damals ja die dinge jetzt habe ich natürlich ein warum nicht mal die kamera wird schwindig gehört da geht es noch zu irgendeinem dungeon und zum gebiet fragezeichen da oben ist ja irgendwie was am rumschweben der nominator so gehört wir packen unsere flüge aus der fliege die klamotten die klamotten die klamotten die klamotten die klamotten wie die klamotten nach k die steuerung ist wieder so komisch ich spiele im moment noch final fans in 12 zeitgleich zu diesem spiel und nein das war nicht der und baum ich diese woche nichts hochgeladen ab von diesem projekt hier aber weil ich werde irgendwie ich steuerung von dem spiel drin hast keine ahnung wird es mal mit dem also ich spiel remake hier für ps4 von final fans 12 zodiac age ging ins kirchen da ist drei menü aufrufen und wo ich hier mit menü aufrufe das irgendwie karte aufrufen und also weil das ist so kompliziert wenn er einmal drin hast dann oh gott da ist furchtbar gut außerdem bin ich nicht mehr gewöhnt so eine bunte truppe zu haben irgendwie charaktere im final fans die zwölf sind so langweilig ich meine das spiel ist macht richtig süchtig und macht auch bock aber die story und die charaktere sind für mich tot langweilig wertspiel schon mal gespielt hat und kennt der weiß vielleicht von was ich rede der sohn bald nicht so trübselige haufen dagegen sitzt die gruppe hier wieder fehler frisch nach ich habe nicht das ist auch eines der ersten tats aufspieler wo ich irgendwie jeden charakter ja mag irgendwie in anderen tats aufschönen gibt es immer irgendjemanden den ich nicht leiden kann auf irgendeine weise weil dieser charakter irgendein scheiß sagt oder so was mir nicht gefällt oder irgendwas macht weil hier alle sind in ordnung so mag ich bin mit dir als erstes und ich bin Ich bin ein bisschen verbunden. Aber ich habe mich nicht so viele, ich bin so viele. Ich bin ein bisschen so groß. Aber wenn man sich nicht so leid aufbauen kann, man kann sich nicht mehr so gehen. Ich weiß, dass es mir nicht mehr als ob es nicht so ist, ich bin jetzt hinterher. Hier ist es nicht in der anderen Seite. Ich bin in der anderen Seite. Ich bin in der anderen Seite. Ich bin ein bisschen zufrieden. Du bist du bist? Ich bin das schon mal. merkt man schon irgendwie das ist langsam ernst wird wenn mario ernst wird es ist schwieriges unterfangen reisen war dass du jetzt zu sagen zu dieser situation das ding auf dem podium zentralation zu 1 als maler hat das der förderung dient okay und das war kein ausgezeichneter uns die reise irgendwann bringen wir irgendwie so unser erster verbündeter was hast du zu sagen ich mit mir mich eine gute perspektive haben okay dann nicht freute sich schon Hey, du hast keine Angst, was du? Nein, das ist gefährlich. Ich hatte Angst, dass ich mich zu verlieren. Deswegen habe ich nicht gewonnen. Was du jetzt? Ich habe mich zu verlieren, weil ich mich zu verlieren kann. Ich habe das Gefühl, dass du mit dir zu gehen. Hm? Ich habe nichts zu tun? Ja, ich habe es nur gewonnen. Danke. ich weiß eigentlich gar nicht warum ich hier bin aber es ist gut jetzt keine zweier gespräch hier vom endkampf und da hatten wir die schon das ist schon wieder so lange herrn raus legt in sonnen auf spaß ist das leben ein wenig genießen wo man halt war das auf einmal los war dafür selbst es geht wir sind ein zipfel arbeit das problem kenne ich aber auch ein pony steht auch immer irgendwie ich war schon jeden morgen jahre ich käme die mehr runter sind immer schön glatt wenn ich die runter käme aber weil er nicht sobald ich irgendwie unterwegs bin weg zur arbeit und so dann weil ich bei mir auf arbeit und spiegel dann alle richtungen genauso wie mein mannig ist ja mein kanal ist schon relativ realitätsgetreu ich hatte denkt irgendwie sie mir irgendwie so ein design aus den ohren genauso widerspenstig sehen wir nach dem möglichkeit auch aus wie sind wir noch besser als die hauptcharakteren aus final fantasy 12 da habe ich nicht dass die ein einziges mal lachen gesehen habe und ich bin so gut über die hälfte spielt gerade am zocken ich meine schon vorher gespielt aber trotzdem du hast mir gefällt so wie ein anderer auch wenn wir vernünftigen auch gefühlt auswacht lassen hier so wenig welche hoffnungen ideal über die immer mit ihren reden also ein bisschen so auf den nerven gegangen wird jetzt nicht das spiel zerstört hat oder irgendwie sowas war ellenor immer mit ihren überzeugen reden und so wenn man weiß was passiert wenn ich da reingehe ich werde nicht flüchten ich werde stark sein ich werde mit allen aufnehmen und nie wieder irgendwie zurücktreten vor irgendeiner herausforderung irgendwie so immer wenn sie so ihre regen geschwungen hat so im sinne von ich bin schwach aber jetzt bin ich stark da ging mir immer so ein bisschen auf den nerven so haben wir von artaurius auf die frese bekommen damals erinnert ihr euch noch danach hat sich glaube ich können uns angeschlossen der quatsch die war schon bei uns danach hat sie sich voll uns angeschlossen glaube ich nachdem sie gesehen hat was vor allem bastard arto das ist so gehen wir zum feindel dann schon jetzt oder irgendwie sowas das tue ich jetzt mal voraussagen wo wir hinkommen wenn wir diesen stern betreten los ein da wird schon schief gehen benutzen da kommen wir jetzt direkt zum finalen kampf da wäre es ja noch hier sind wir uns okay wir sind verarscheinlich auf unserem level hier kämpft aber niemand mit messer auf zur letzten schlacht schon viele rollenspiele gespielt also mich hat schon gang und gäbe ja 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 Ja, er wurde nicht verdorben. Ich bin auch schon. Ich bin auch schon. Ich bin auch schon. Ich bin auch schon. Er wurde dann eingetreten, und und Elenor wurde die Geräte für den Eizen und Rettelrohr. Und dann wurde er so glücklich und sie hat sie mich versuchten. Und deshalb bin ich hier. Das ist mir froh. Ich bin? Ich bin keiniges von mir, oder? Er war einfach nur da. Die expedition ist zurück das schiff da fliegt so in den himmel ok komische ordnung wo ich mich treten kann neue monsters die musik bleibt dauerhaft so ok level 88 auf gott ich bin immer noch offensichtlich gerade die ausrüstung von allen sind so relativ aktuell würde ich sagen glaube ich jedenfalls ist auf die ein zwei sachen ich brauche eigentlich nicht glaube ich brauche eigentlich nur für jeden kacken oder eine fähigkeit oder so und also ich glaube wer wird eisen und roko haben schon alles was ich im moment lernen kann jetzt gehen wir hoffentlich wieder neue sachen halt bevor ich vergesse auch habt ihr schon alle ok naja genau jeder der schon alle sachen gelernt hat start hier die beute objekte titel ausgerüstet heißt roko und velvet haben schon alle beute objekte alles klar jetzt gehe ich allen damit ich hoffentlich die neuen gegenstände hier bekomme sie hat jetzt noch mal plus 1,2 es ist noch einen ganzen neuen charakter mit ausrüstungs operatier dazu bekommen kommt noch mal ich habe doch hier 46 charaktere auch gott das wäre direkt zur rettung gekommen ok gut ist gut einmal angefrieren und ich bin total wenn die gegner schon mit 88 sind da ist natürlich bestimmt so um die 100 sein wenn wir ja schon unser monster buchlein nehme ich mal an der hat immer noch gleich was er damals hatte wenn er erst mal bekämpft haben aber der erlaubt 75 das war auch glaube ich auf ein zwei schwierigkeit gerade niedriger da kann ich jetzt nicht mehr so gehen weil das ist ja dass ich folge alt geil und sie noch mal ein gegner die machen mich fertig das wird 22 keine neuen gegenstände ach ja koch level wer wird hat level 20 reich kann aber trotzdem irgendwie noch erfahrungspunkte bekommen den effekt hat es aber kommen das wird sich beziehungsweise gott einer von euch muss weg gehen ehrlich wir sind schon so stark ich kämpfe ich nicht das ist da was da ist ein gegner gewesen das ist nicht gut ich habe jetzt aber irgendwie was wir untersuchen kann also 20.098 wenn ihr mich ein haufen erfahrung ich könnte jetzt dazu weitergeht ich muss die ganze auswahl sonst muss meine jubi o karten spielt neue martin julio mir ist einfach zu kompliziert geworden nachdem er diese neuen karten zugefügt worden sind x2 sie und also was aber einfach so doof ich da irgendwie aktiv gespielt habe oder irgendwie so hat direkt nur ein videospiel gespielt und ich nie geld ausgeben wollte für die echten karten das hat mir eigentlich gereicht weil ich kann sowieso niemanden der spiel spielen konnte wenn er echt wecken wenn er so weit geht feuerlich alter oh mein gott ja ich frage hier sowas von ja auch sofort auf mich loszugehen wenn ich aufstehe und ich bin mit einstieg immer weg kommen wir gar nicht dazu was zu machen ich treffe die ganzen sind die ganze luft da wird dann auch mal eben ab und ab ist immer so eine sache wenn ich irgendwie abhauen will dann das schafft man noch nie leben er ernsthaft wir haben solchen das jetzt machen hallo hier weg hier weg bei uns auf jetzt ehrlich ich drücke die ganze zeit l1 und ich kann nichts machen weil es hat ja das scheiß jetzt gewesen warum muss ja ganz gefährlich jetzt haben wir gesehen wie ich wurde einmal getroffen wird dann von allen auseinandergenommen man hey mit eingeredet naja mein gott aber nervig ehrlich jetzt weg damit 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 so da war ehrlich jetzt hey wenn die fücher die sind nicht mal mit kampf aufgetaucht da war ja schon klar ich habe irgendwie strecken würde so hochlevel im gegner ich war zwei müsste gar nicht das wollen ja sie da muss ich hier bevor ich den endkampf machte ein paar trainingseinheiten machte ich glaube nicht dass der post irgendwie stärker sein wird irgendwie an so gefährliche gegner ist meistens nie so nix bekommen und geil bei ich kann mich noch gegen euch 31.000 hp ich zähle so gut wie nichts ab und dazu so hat gefühl jedenfalls ja 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 und ja frisst hey wenn wir immer noch gefangen dann geht es nicht da war ich mir da wir 70 bin ich schon so gut bedient aber nein ich könnte hier wieder trainieren im empirischen thron oder hier 20.000 erfahrung der stiefel weiter klopft das ist ein eisen noch okay mehr mystik agieren auf du ja ja wie du zauber engel der reue und seid ihr zur hälfte panzer zauber dran zauber barriere ich glaube ich mache hier nach dem kommt schon schluss irgendwie wenn man nicht viel erreichen in diesem part gleich wieder zurück teleportieren zum empirischen thron und gucke folgt hier gerade ganzes wagen was sagt jetzt gedacht ich würde ein bisschen besser durch das gebiet kommen aber noch ein raster ausmachen warum ist eisen immer so schnell kaputt der 304 90 warum hat er nur 394 verteidigung hier gibt verteidigung hat nicht der tage verteidigungen dann mal lieber dat hier jetzt immer irgendwie mit einer combo irgendwie weg habe ich so ein gefühl hat er gerade schon seine wüste hat eingesetzt alter ich brauche nicht eure heilung mädels ich habe ich nicht irgendwie so eine fähigkeit irgendwann mal gelernt die irgendwie den gesamten schaden irgendwie um 40 prozent reduziert das sind damit erfolge stört ich habe ich sonst immer noch gegen die viecher weil ich sei natürlich immer noch gegen die kämpfe weil keiner von dem ist bisher tot war 26 minuten habe ich gesagt ich mache jetzt gleich einen schnitt das alle fähigkeiten gern auf level 70 und ich kriege immer noch nicht mal im gegenstand der jura oder wie sagen ich bin der partier oder nichts vorgesehen was wir haben wenn ich versuche hier noch durchzukommen irgendwie falls wir durchkommen ich glaube mich alles für zuschauen würde mich freuen wenn ihr einen like ein aber ein kommentar und sonst irgendwas hinterlassen wir dann sehen wir uns in der wesen folge wieder dankeschön für zuschauen und tschüss